Und rauf. Achso, 3, 2, 1. Los. Yay, ich hab los vergessen. So. Ich hör Lava. Oh, okay, wir sind hier... Hier ist das Ebene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich glaube, du bist zu 10. Woher weißt du das? Genau. Halt, hier. Eti, paar Sekunden kann ich da auch bald drüberlegen. Ah. Warte mal. Ist das ein... Ups. Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, hat sie... Hier waren Leute. Ja, das... Hier waren Leute. Komm hierhin. So was wie gerade sollte uns nicht mehr passieren. Sorry. So, buddel mal bitte weit... Buddel bitte weiter. War nicht so gerade, ne? Na. Aber ist mir egal. Toll. Ich regeneriere gar nicht mehr. Ja, es geht auch ganz. Warte, ich muss... Warte, ich muss... Mann, wir haben so viel Eisen. Warum verwenden wir das eigentlich nicht mal? Das scheiß Zeug. Ähm. Aber ich bin... Ich bin erschöpft. Das ist jetzt meine Aussage, so. Hm. Ausrede meinte ich auch. Guck mal, ich kann nicht mal mehr richtig sprechen. So, was mach ich denn, so. So, was mach ich denn? 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 Für Wasser. Wasser ganz in der Nähe. Okay. Läge ich uns da mal hinbeuren? Wenn du da Spaß dran hast. Ich hab Lapis gefunden. Ja, hattest du eben auch schon, du hast das aber nicht mitgenommen. Ups. Ja, also mein, dass du definitiv wärst, ja, und ich hab ne Höhle gefunden. War das grad? Lava gehört. Ich hab' aber keine. Ich höre. Ohohoho. Ich hab' fast drin. Oh, Mann. Oh, noch mehr Lapis und Eisen. Meine Eisenpick ist auch gleich wieder kaputt. Oh, ich fühl mich gerade total so... Ja, aber ich weiß nicht, ich bin... Ich kann so überhaupt nicht logisch denken. Ja gut, das kann ich eigentlich in der Regel eh nie, aber... Ähm... Ja gut, die... Wir haben ja nicht vergessen. Wir haben jetzt, glaub' ich, schon ziemlich viel Eisen. Okay. Ja, wir haben ja viel Eisen. Hey? Ja, wo bist du? Anna. Bei meinen Öfen. Ich hab' ja auch überall welche aufgestellt. Ohohoho. Frage, ob wir das Zuckerrohr schon irgendwo anbauen wollen. Ich muss mal regenerieren. Du hast mich ja... Fast umgebracht. Das ist echt so. Ja, das ist unlogisch, was ich gerade mache. Ich... Ich... Du bist so verrückt, ich wollte dich nicht töten. Äh. Ich verzeihe dir. Was hab' ich denn jetzt? Ich verzeihe dir. Ja, genau, das hatte ich vor. Ach. Ach man, komm. Ich krieg' grad gar nichts gewacken, ey. Oh, wir dürfen nie wieder so spät machen, Mann. Es ist eigentlich für mich gleich schon Bett-Gee-Zeit. Machen wir. Ich hab jetzt früher auf. Wie gesagt, nur heute war es besser. Ich kann mir voll Iron machen, du auch. Ja, ich bin schon. Ja. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, ähm, wir haben ja früher mit, äh, Destroyer und so, ähm, oft UHC gespielt, ne? Habe ich dir da schon mal, habe ich dir da schon mal erzählt, wie Ulegner und ich ganz erfolgreich uns vor Iron Senna und Vectrail versteckt haben, in unseren Gängen. Die haben uns nicht gefunden, weil ich uns immer so gut eingebaut hab. Ähm, die sind die ganze Zeit, äh, neben uns hergelaufen und so. Ähm, aber gut, äh, da gab's aber auch keine Videos. Die man hätte gucken können, das war halt, ne Sache von ein paar Stunden und dann war das durch. So, kommst du? Jo. So, komm mal her. Geh da lang. Nein. Ja. Das ist Wolle. Oh Gott. Ich bin echt so unkompetent gerade. Warte, da steht noch ein Ofen. Äh, da ist auch noch einer, da ist noch voll viel Eisen dran. Ja, ach Junge. Sag doch, ob du uns zu bauen willst. Ja, wir gehen jetzt hier weg. Sag das doch. Gehen wir dann hin? Ja, weg. So, hast du alles, Minion? Jo. Gut. Alles. Ja, egal, so. Ja, geh, buddel einfach mal kurz irgendwo hin. Ist egal. Oh. Ich hab X-Ray. Ach. Ähm. Ich hab X-Ray. Ich mag Züge. Gut, gut. Was ist der Plan, wenn wir jetzt ganz lange gebaut haben? Was? Was der Plan ist, wenn wir jetzt gerade graben haben? Ich hab dich nicht verstanden. Jetzt graben wir uns irgendwo lang. Was ist dann der Plan? Ja, dann... Keine Ahnung. Sind wir weg. Ach, das war schlau. Ähm. Ähm. Hi. 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 Fackel sich aufstellen könnte. Ich hab Dias! Hey? Ja. Geil. Ja. Wie viele? Fünf. Geil. Da können wir auch... Hast du Leder? Das reicht für eine Spitzhacke und eine Tampentable, zwei Stück. Ich hab kein, äh, kein Leder. Da müssen wir noch Leder suchen, weil Zuckerrohr haben wir. Mhm. Ja, drei für eine Spitzhacke für OCDA und zwei für den Enchantment. Das war jetzt sehr geil hier oben. Mhm. Kommst du mal bitte zu mir? Ja. Da. Weiter Bar, oder? Ja. Ja, das... Ich will nicht. Das ist mal Rack, du. Ja, pff. Gibt Level. Fast schon. Ich hab noch ein Smaragd. Oh, dann pass auf, äh, wegen Silberfischchen, ne? Ja. Ja, jetzt wo wir eine Rüstung haben sollten, wir... ...werfen. Ja, aber ich erschrecke mich immer so und dann fang ich an zu quietschen und so. Und dann... Ja, dann quietsch ich und das ist nicht so gut. Ich hab dirs! Nice! Das ist neu! Acht Stück sollten das sein, ja. 13 haben wir dann jetzt. Wie geil ist das denn? Dann sind wir sogar noch... Oh, wie geil! Ja, okay, dann, ähm... Hashtag Beste Farmerin! Hashtag City Build! Ja, obwohl das ist eigentlich auch jetzt nicht so... ...so der Akt, äh, in der Erde rumzubuddeln, oder? Ja? Ja, man, zu finden ist schon nicht leicht für dich. Ich weiß noch, dass wir damals in die Build gespielt haben, wenn ich einfach keinen einzelnen gefunden habe und du irgendwie dreißig hattest... ...und ich hab... War noch eine neue Spielzeit, gell? Ja, ich auch gleich schon wieder. Hm. Wieso lässt du denn hier das Eisen liegen, Minion? Ja... Da war noch viel Eisen eingesammelt, also... Eisen mussten wir jetzt... ...haben... ...wärter hochzuleveln. Soll ich mir eine Deer-Pick machen? Ja, mach jetzt aber... Okay, nix. Ich glaube, ich bin schon wieder ins Maragd. Komm her. Werden wir nicht gleich gekickt? Ich weiß nicht ob wir... ich glaube wir dürfen sogar noch zu Ende aufnehmen, weil das ist... ...neer Tablet geht nicht offline, sondern nur automatisch eine Whitelast rein, so wie ich das verstanden habe. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir dürfen unsere Aufnahmezeit dann noch zu Ende spielen. Ja, das wären ja sowieso nur so ein paar Sekunden. Höchstens 30. Ich weiß nicht. Tralalalala, tralalala... Ach, in einer Minute. Ein OK! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.